8 Zoll Mini Akku Kettensäge Motor Säge Elektro Kettensäge Baum Säge für Makita 18V Warten Sie etwa 10 bis 20 Minuten geduldig, bis das Gerät abgekühlt ist und Sie es normal verwenden können. Die spezielle Wolfram Stahlkugel der Führungsplatte muss nicht geschmiert werden. Was den Widerstand der Maschine während des Betriebs verringert und den Verschlei der Maschine verringert. Preis etwa 43,40 Euro per Stück.